Welcher Snack-Automat macht mehr Umsatz? Mein erster Automat oder der zweite? Vorteil am ersten Automat ist, dass ihn einfach jeder kennt und hier immer was los ist. Egal wann ich hier bin, hier ist halt immer was los. Der große Vorteil ist, wir haben hier direkt den Lager hinter. Bei Amschmorki-Mat 1.0 haben wir bisher 118.000 Euro Umsatz. Aber wie viel hat der zweite Automat gemacht? Das gucken wir jetzt mal nach. Aber erstmal ein blaues Blut. Yeah. Diesen Donnerstag 200 von diesen Taki-Packungen verschenken wir hier am Automat. Also wenn du Donnerstag um 16.00 Uhr nichts vorhast, kommt vorbei 200 Stück. Genau hier neben dem Altmax und dem Boxhotel hier am Automat verschenkt. Aber wie viel wurde jetzt an diesem Automat schon verkauft? Bei dem der Automat hier steht, das war der 21.09. glaube ich, haben wir jetzt einen Gesamtumsatz von 7.355 Euro. Denn gerade am Wochenende, wenn hier eine ganz lange Schlange ist, weil sie alle in die Disco wollen, holt sich der eine oder andere dann hier seine Takis. Dieses Zelt kommt auch bald weg und hier kommt noch fette Werbung und so dran, damit die Leute auch wissen, dass der Schmocki-Mat ist. Das ist, was es wird... Das ist die Schmocki-Hierle, die Schmocki-Main, wir schauen,